Und so fing alles an. Dein alter Herr will Menendez töten. Menendez will Rache. Auch Jahrzehnte später. Menendez war damals ein großer Fisch in einen kleinen Teich. Er führte einen Drogenkartell von Nicaragua aus. Es war sein Herr. Den alten hatte die CIA kalt gemacht. Der Zyklop ist mächtig angepisst auf Amerika. Während wir im Mittleren Osten rummachen, lehnen die Russen und Chinesen sich zurück. Und? Die Politiker? Sie wollen, dass ihr denkt, es geht um Ideologien. Das ist so eine Scheiße. Gib mir dein Telefon. Selten Erdmetalle. Die ganze Scheißwelt hängt davon ab. Wer kontrolliert das alles? China. Und während Amerikas Wirtschaft Chinas Arsch küsst. Hat das Netzwerk Cordis Dier durch viele menge Kontakte gleichzeitig Proteste im Iran und in Nordkorea angezettelt. Stets im Verborgenen. Wer ist wirklich der Anführer von Cordis Dier? Man kennt ihn nur als Odysseus. Odysseus? Am Arsch. Raul Scheiß Menendez. Arsch doch. An JSOC hat's niemanden interessiert. Der Drohnenwettlauf hatte begonnen. Im Ernst, Leute? Ihr wollt wirklich ein ganzes Militär auf einem Mineral aufbauen, das unter Kontrolle von China steht? Ich brauch'n Drink. Hol' mir ne Cola. Hol' sie von den Schwestern. Nicht in die Hitscheiß. Chinas Premier Chen misst außer sich wegen Cordis Diers zugespielte Memo, laut dem der Cyberangriff insgeheim vom Weißen Haus befohlen wurde. Nach all der Scheiße, mit der die US-Regierung durchgekommen ist, ist sie diesmal unschuldig. Aber niemand glaubt es ihnen. Sie schalten Cordis Diers-Netzwerk aus. Zwei Tage später verbrennt der Leiter des FBI. Leben hier nicht. Und genau jetzt glauben Milliarden Leute, dass Raul Menendez ihr Retter ist. Ich sag's euch, Jungs. Er ist es nicht. Es wäre gut, ihn schnell zu töten. Es passieren schlimme Dinge. Lass sieh' eine an. Menendez hat hier draußen eine verfickte Privatarmee versteckt. Kubaner. Die Elite. Topmoderne Technik. Wie viele Anhänger hat Cordis Diers momentan? Eine Milliarde vielleicht? Eher zwei, die niemals glauben, dass sie einem Terroristen folgen. Für sie ist Menendez der Retter. Dann steht Cordis Diers eine herbe Enttäuschung bevor. Dann schauen wir mal, was Menendez da unten versteckt. Bereit, Harper? Halte die Leine in Schwung. Lass mich hier nicht hängen. Die Oberfläche ist uneben. Mit den Nano-Handschuhen festzupacken. Soweit, so gut. Bereit? Okay, Angeber. Du bist dran. Noch einmal. Los geht's. Verdammt! Scheiße! Durchschneiden! Alles okay? Ja, alles klar. Dank dir. Alles frei. Kaum mehr als ein Rumpftrupp. Wird ein Kinderspiel. Sei kein Idiot. Unterschätze nicht Raul Menendez. Deine Anhänger tun jetzt. Was bedeutet Cordis Diers eigentlich genau? Ist Latein. Für Herztag oder so. Hört sich edel an. Menendez will, dass seine Anhänger genau das glauben. Aber das ist es nicht. Crosby, du bist dran. Okay, dann mal los. Nimm mal locker. Nichts, Mann. Nein. Da, der Spalt im Berg. Setze Fallschirm ein. Setze Fallschirm ein. Setze Fallschirm ein. Alles okay? Bestens. Salazar, Crosby, habt ihr die linke Seite? Abgedeckt. Auf dein Kommando. Seid. Das ist ein Kommando. Draken. Hier, Harper. Komm. Der Feind will das Einsatzgebiet verlassen. Anweisung? Wir brauchen Info über ihre Möglichkeiten. Freigabe zum Angriff. Session, siehst du das? Ja. Zuschlagen, sobald ich treffe. Eine EMP-Granate wird ihre Tarnsysteme durchbrennen lassen. das Setzater Mullin nerov. Das ist debt. Dolesstрост рок Does zu werden. Wo ist liegt dort? Ich komme. Da, votre Blutz Eins Caycaiusu! Finde im Aufzug! Finde im Aufzug! Sie weg! Ab und reisen Sie! Die Grenzen von SWC! Direkt voraus! Drohne startet! Wir dürfen sie nicht abheben lassen! Şarazad! Erledige ihn! Bin dabei! Ohne erledigt! Okay, legen wir los! Section! Hacke die Waffen des neben des abgeschossenen Vogels! Wir haben ihnen keine Pause! Schlagen wir diese Bastarde mit ihren eigenen Waffen! Okay... Driebbel! Herr Schultz! Driebbel! Driebbel! Sie ziehen sich zurück! Sie ziehen sich zurück! Los, los, los! Scheiße, die Faschisten und Geschütze kontrollieren das Gebiet! Sie ziehen sich zurück! 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 Nein! Sie ziehen sich zurück! Sie ziehen sich zurück! Schau! Was ist das? 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 Okay, alles frei! Was ist das? Das ist ein 3D-Fabrication-Labor. Waffenkomponenten, kleine Waffen, so ein Zeug halt. Cordis D. stellt sich wohl auf einen längeren Krieg ein. Wurz hat uns verraten, wie viel Reichtum Enendez angehäuft hat. Niemand ist hier. Waffen ist das? Bitte, nicht wehtun! Okay, los, komm! Dieses Labor hilft einem Terroristen. Reden Sie schon oder ich tu Ihnen weh. Mein Name ist Eric Briner. Ich bin Magnetometrist. Okay. Und was will Menendez von Ihnen? Ich soll das Celerium verarbeiten, eine neue, seltene Erde, die jegliche Mikrochip-Technologie überflüssig machen wird. Sie kommen! Bringen Sie mich lebend hier raus! Ich geb Ihnen alles! Rund, oder? Runter! Schnapp dir ein paar Schilde! Ich stelle sie als Deckung auf! Verrasch' euch am meinen, nicht ernst! Schnapp dir das ruhig! 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 Ach, okay! Schnapp dir das ruhig! Es ist gut! Schnapp dir das ruhig! Sündige, ich bin oft für das zu berühren! Und einiger�-Technik! Der Schließmechanismus muss zu zweit bedient werden auf ihr zeichnen Folgen sie mir Quantenverschränkung dieses einzelne Gerät hat mehr Rechenkapazität als ihre gesamte militärische Infrastruktur Im Labor hieß es dass Menendez es für einen groß angelegten Cyberangriff verwenden will ich hörte von etwas namens Karma das muss der der Name der Cyberwaffe sein wenn Menendez einen Celeriumwurm zum Angriff einsetzt gäbe es nichts was ihn aufhalten könnte Selbst ich nicht Aper Statusbericht für die Unterstützung hinter uns Feindkontakt Kraken Wann kann ich mit der Ankunft des Extraktionsdeams rechnen Verteidigungspositionen Kraken kommen Verdammt Wir kämpfen uns raus ob mit oder ohne Unterstützung es ist noch nicht vorbei Raplane Se estan mobile Und hier Reaktion Ratschleando Contaklos a ti Arax 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 Vierse Arax 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 Wir sind die Menschen verdient. Die Schmerzen, die Schmerzen! Die Schmerzen! Sie sind in den Schmerzen! Sektion, Ihr Team kann abrücken. Das ist Briggs. Nicht schießen! Das ist das Extraktionsteam! Mann, bin ich froh, Euch zu sehen. Ich denke, die Mission war ein Erfolg. Admiral Briggs, schön, Sie zu sehen. Ebenso Sektion. Was auch immer Menendez plant. Celerium ist der Schlüssel. Endlich sind wir diesem Bastard einen Shad voraus. Er ist nur ein Mann, Admiral. Er will Sie glauben machen, dass er mehr ist. Aber er ist nur ein trauriges Abziehbild eines Mannes.